ja solcher ich auch mal wie viel ich im Monat ausgehe das macht sich mal drauf alles auch wichtig muss auf meine Ausgaben achten das ist das auch nicht viel und ich gebe ähm 74.000 74.000 Monat gebe ich rein das alles aus und nur der Spieler Modus interessiert mich nicht doch noch Zyklus so und du gehst in den Urlaub und du 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 schützen ja ja bitte ja eigentlich wollte ich ja nur auf wollte ich nur mit denen ich hätte es auf der ersten auf dem PC lassen sollen oder 4 5 und er sagt auch mal die vier jahre sieben ja kann plus geben wenn ich jetzt nicht falsch geschäft habe wow und ich okay jetzt seit langem habe ich jetzt immer noch mehr ist habe ich gemacht ja und ich weiß auch wahrscheinlich den ersten zweiten Monat schaffen die Medien sind begeistert von der nein doch jetzt nicht schon die Pläne System von Wurony also Journalisten auf der ganzen Welt sind überrascht dass nur einen Tag nach dem Wurony und Evento die Pläne System auf dem Entertainment Messe vorgestellt haben dass die bereits geplatzt ist Levento gab heute bekannt das Projekt mit Wurony abzubrechen und stattdessen eine neue Konsole mit dem mit einem anderen Geschäftspartner zu entwickeln Gerüchte zur Folge war dies war der Distributionsvertrag der beiden Parteien nachteilig für den Evento da sie zu viel Kontrolle an Wurony hätte abgeben müssen dieses scheint das Ende der Pläne System zu sein wird es? nein kleiner reicht ja ja das mache ich wirklich so ja nehm mich ab jetzt ha jetzt kann mich niemand mehr stoppen außer mein Computer fällt jetzt aus Werk also ich jetzt noch nicht passere Anfrage ja mh 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 und aus mh 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 jetzt kommt es jetzt kommt es kommt es kommt es kommt es kommt es kommt es die 3 Scheiße der Test wird in zwei Monaten zum Markt genommen er zu Ende ist sie mal ihr Obos 1 ja okay mal über das so bitte schon ach scheiß auf nein wir haben sie nicht unter die top 100 dafür brauchen wir ja normalerweise über 500.000 Lion okay das wollte ich aber gar nicht Fortsetzung folgt und wie viel kostet die Fortsetzung 20 das kommt ein Level ab von einem Typis nein und der Super TS hat wieder eine kleine Acht und der sagt dem neue sehr acht nehmen neu und einen prepariert Ich hab mich immer korrigiert. Ich hab mich immer korrigiert. Dieses Spiel hat in den ersten... Das Spiel hat innerhalb von zwei Wochen wurde, äh, dieses Spiel wurde in den ersten zwei Wochen mehr, ähm, deutlich mehr verkauft als das davor. Hier. Ich hab ja jetzt schon den höheren Plus gemacht und zwar und zwar. Zehnfache mindestens. Meine, die Jagd, das beste zwei. Kommt jetzt nicht schon die drei? Nein, das kommt jetzt zwei. Simulation, ja, äh, äh, simulation, ja... Simulation, ja... Simulation, ja... Prozent 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 ich glaube es immer schon und achten Kort naja und wenn nicht dann also wenn es im selten Part sind möchte ich sagen dass im letzten Part der Kürze warum sie er und zwar nur zehn Minuten das lag daran dass ich kein Material mehr hatte ja auch von daher fertig bisschen Punkte noch sarmeln das ist ja aber jetzt gibt es egal die Tausend zehn oder wie wenn ja dann drehen die den Hals um und und das ist natürlich sage ich sage doch wenn diese Phase mit den guten Spielen vorbei ist, dann kommt nur noch schlechter, auch wenn jetzt eine 6 ist, jetzt noch eine 5, nein, eine 6, jetzt hat noch eine 4 oder 5 oder 6, jawoll, eine 6, eine ganze 2 Benotungen schlechter, ja, so, wie sieht es jetzt aus mit der Angel, 1, 2, 3, 4, 5, ja, reicht, wie viel habe ich jetzt auch, 400.000, also 150.000 mehr, einen Moment, witzig, mal kurz, was nicht, dann, so, was ist, Magdanalöse, oh, neue Themen, Vielen Dank, Gesetz und Zombie Apogalipse, ja, ich habe schon ein neues Spiel, My Yacht Special, 2 Wurde vom Markt genommen, yeah, es wurde fast so oft verkauft, wie das andere, hat jetzt wenigstens ein Plus geschlagen, sogar mehr, ist das so, okay, war deutlich billiger, deutlich, So, ich brauche ja allein für die anfangs fahrt 250.000 12 15.000 weil ich ein mittleres Spiel genommen habe jetzt wird natürlich alles klar warum war es mir eigentlich nicht klar dass mir mal so eine dumme sache passiert habe ich wohl vergessen sachen zu aktivieren okay multiplayer braucht man nicht ich bin mal ein speziell ich bin mal ein speziell ja ja wenn 5,8 Millionen Grad mal ich hab mir noch mehr aufbauen Euro Döden es gibt es seit so langer Zeit meinen mittel große Spiel wie wäre es für mich dass da hinten sitzen und das da er hat es hier noch bisschen und das da auch das da auch das da auch hundert 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 h das ist ein neues Thema neue Kombination aber hoffentlich auch gutes Management hundertprozent alle er vor das ist nicht knapp es muss der kleine Messenstatt ist eher billiger als der als meine Miete also was ich hier monatlich ja alles und schon wieder mehr h h h h so was sagt er liebe Herr Spielbewertung ein schlechtes Spiel natürlich eine 7 und noch eine 7 Uhr und da auch so eine 6 eine 7 und eine 7 alles wird sowieso abgehen denn neue Themen sind sehr beliebt und dann gibt es jetzt noch den kleinen Hype okay ja 100.000 Fans sage ich doch wir kommen schon über die 100.000 nur ein bisschen über die 100 muss es werden ein bisschen ganz klein wenig jawohl naja das war es dann auch wieder vielen Dank für Zuschauen ich habe keine Lust mehr zu spielen und bis zum nächsten Mal hoffentlich 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 ich hoffe dass ich auch ein oder zwei Pats oder zwei vielleicht sogar drei und bis zum nächsten Mal Tschüss